Ich bin Hauseigentümer und habe 90 Quadratmeter Geschäftsfläche zu vermieten. Ich bin ehemaliger Betreiber eines Sägewerkes und ich suche jemanden, der das stillgelegte Betriebsareal nutzen möchte. Ich bin Bürgermeisterin und möchte auf 10 Hektar Betriebsbaugrund weitere Betriebeansiedlung. Ich bin Tischlermeister und suche eine Lagerhalle samt Lagerplatz im Zentralraum. Ich bin eine Betriebsgründerin und ich suche ein modernes, mit öffis erreichbares Büro in meiner Gemeinde. Ich bin Händlerin und benötige für eine zusätzliche Filiale im Bezirk Hintergrundinfos zur Bevölkerungsentwicklung und Wirtschaftsstruktur am geplanten Standort. Ich bin Markus Achleitner, Wirtschaftslandesrat von Oberösterreich. Und ich bin Doris Hummer, Unternehmerin und Wirtschaftskammerpräsidentin in Oberösterreich. Standort OOE.at ist die Plattform zur Vermittlung von gewerblichen Leerständen. Hier bringen wir Anbieter und Suchende zusammen mit dem Ziel, dass Betriebe gegründet werden und Leerstände verringert werden. Und das ganz Besondere an dieser Plattform, sie ist kostenlos für Anbieter und Nachfragende. Punktgenau auf Knopfdruck alle Informationen über einen Standort.